Biedermänner wie ich Geschrieben von Wilfried Liebe am 14. Januar 2012 Biedermänner wie ich Sanft wie die Möwe über den Segeln Fliegt mein Tag Ohne zu atmen, ohne Feuer Ohne ärztliches Attest in den Abend Wo ihn frisch gemolkene Säfte erwarten Und die Tagesschau Und wieder kein Streifschuss Kein vergifteter Pfeil Zum Abheften für die braven Beamten Man hält mich für einen gebraucht Warenhändler Mit soliden Preisvorstellungen Und ortsüblichen Öffnungszeiten natürlich Dabei laufe ich mit Pfiff und Selbstgespräch Über angepisste Pflaster Fahre mir mit der Hand Lässig durchs Haar Und glaube mir selbst Dass man mich Verhaften müsste Öffnungszeiten 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 If you hour